Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Nur zwei? Ich möchte eine ganze Fußballmannschaft! Sie haben schon eh mein Rendezvous gewonnen! Darf ich Sie bitte? Nein! Letzte Warnung! Bitte verlassen Sie meine Parklücke, ja? Oder ich rufe den ADAC! Drei Mal ist er Ihnen schon ausgekommen! Verkaufen soll er die Tochter auch geschwängert haben! Musik 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 Das ist die 54, 83, 12, 67! Ja! Musik Bitte warten Sie hier! Musik Jakob, wir sind soweit! Was ist denn mit dir los? Ich glaub, du kannst nicht gehen! Musik So was hast du übern, oder? Musik Und wegen Kosten des Uptop-Dienst können Sie mit einem Anwalt telefonieren. Und das ist seine Karte, hier seine Nummer. Viel Spaß! Lass mal! Danke! Im Krieg war er für den Kaiser und hat gegen Napoleon gekämpft! Zehn Jahre lang! Ich hab's mir überlegt! Ich geh doch hinein! 270 Schilling, bitte! Natürlich! Jetzt sagen's bloß, Sie haben kein Geld! Natürlich hab ich Geld! Guten Morgen, Ruth! Ich hab nicht Zeit den ganzen Tag! Zeit ist kostbar, Josef! Hier! Stimmt schon! Danke! Schöne Grüße zu Hause! Werde ich ausrichten! Hey! 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 Fass mich nie wieder an! Okay? Hm? 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 Hier! 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 Kein Problem! Ich sag Ihnen mal was! Der geht heute nicht mit auf die Straße! Entschuldigung, wir sind von der Vega! Das interessiert mich nicht! Haben Sie mich verstanden? Wenn ich sage, der fliegt nicht mit, dann fliegt der nicht mit! Wir haben die Befugnis vom Innenministerium! Natürlich kommt der an vorn! Der kommt natürlich... Das ist ein Mensch! Wiederschauen!